A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Al-Karia, was ist Al-Karia und was lässt dich wissen, was Al-Karia ist? An einem Tage, da die Menschen gleich verstreuten Motten sein werden und die Berge gleich bunter zerflockter Wolle, dann wird der, dessen Waage schwer ist, ein Wohlleben genießen. Dem aber, dessen Waage leicht ist, wird Al-Habiyah sein Endziel sein. Und was lehrt dich wissen, was sie, Al-Habiyah, ist? Sie ist ein glühendes Feuer. Untertitelung des ZDF, 2020